Wo bin ich hier gestrandet? Weg deinen Arsch da rein, Mann! Haben dich deine Eltern nicht geliebt, oder was? So, halt an, halt an. Ich knall hier. Sie haben Schmerzen? Ich hab Schmerzen, ja. Wo haben Sie denn Schmerzen? Warte mal, wer ist denn hier Medik? Warte mal, du hast eine Frau. Ja, natürlich. Aber nicht auf beides, oder? Also nicht bi, oder nur lesbisch? Ich nehme, was ich bekomme, würde ich sagen. Meine Frau ist eine sehr schöne Frau. Sie nehmen, was ich bekomme. Sie hat sehr gutes Mexikanisches Blut in sich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist sehr temperamentvoll. Burrito Dio Amigo. Wer von denen hat da alles eine Waffe? Kann einer mal diesen Bauarbeiter hier wegschicken? Ich versteh nicht, was der hier will, Mann. Halt sie dich fest, Sosa. Dieser Bauarbeiter führt ihm gleich eine Stange ein. Komm, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Guck mal, ich werd dich so oder so einholen. Deswegen bringst du ihn nicht zu rennen. Lass mich hier Ruhe! Verweg! Bleib hier jetzt, Junge. Bleib hier! Dem bleiben, oder ist Kreis? Dem bleiben! Der Arm, ne? Jo, Hans! Moin, moin! Du verschissender Wichser, Mann. Bleib jetzt immer noch am Büffelpark, oder was? Ja, hast du ein bisschen Geld für mich? Verpiss dich. Verpiss du dich doch! Jo, Hans, gib mir dein Handy, Mann. Nein! Gib mir nur dein Handy! Willst du, dass ich dich abknalle? Du hast gar keine Läpfle. Boah, weißt du das, du Wichser? Weil ich besser bin als ich. Viel schlauer. Ah, Jusko, was geht ab, Mann? Was hab ich hier zu suchen, Mann? Wie, was hab ich hier zu suchen? Was hast du hier zu suchen, Mann? Verdammt, du Scheiße. Da strande ich an irgendeiner Scheißstadt und direkt kommen mir die ganzen Wichser entgegen. Du Altschloch, Mann. Ich brauch ein verschissenes Strat, Mann. Meine Jungs haben Stilets. Wo sind deine Jungs? Äh, Schleife wohnen im Wildgelade. Wo ist Schleife? Oben, da, kennst du es nicht? Nein. Überall Weinwood, neben Observatorium, aber die sind nicht am Anwesen. Olham, wo seid ihr? Ich weiß nicht. Wegser. Yo. Wie, ihr geht arbeiten? Och, Digga. Warte mal. Irgendwie kann man als Müllmann irgendwie Müllwaffen finden, oder? Stimmt, ja. Das hat Olhan auch gesagt. Die haben alle als Müllmann gearbeitet und haben Waffen gefunden. Hm. Sorry. Ey, ganz kurz, musst du hier irgendwelche Mülltonen durchsuchen? Nee, Mann. Als Müllmann musst du, Dings, Taxifahrer sein. Pfandflaschen, Mann. So. Jetzt. Nur Schrottteile, Mann. Was ist denn hier drin, Mann? Zeig mal. Wieder Pfandflaschen, Mann. Seh ich aus wie Mock. Hab ich ein Bart bekommen? Warum hab ich ein Bart? Einfach Bart bekommen, weil ich Müllmann bin. Ich kündige, Mann. Hallo, meine lieben Freunde. Guten Abend, Jungs. Hallo. Ich hab ne wichtige Information. Was kann ich mir so tun? Verkauft das Kalikartell Waffen am Würfelpark. Das hab ich auch gesehen. Ja. Zivilisten, oder was? Ja. Moment, wer ist der da? Ja, das ist, äh... Nee, das muss er Ihnen selbst beantworten. Ja, äh... Könnten Sie uns vielleicht kurz mit den Beamten lehnen lassen? Ich bin der Kriminalpolizei. Oh, okay. Ja, das wollte ich wissen. Hast du ja auch ein Polizist? Kann ich Ihnen helfen? Sehr gut. Und zwar, die Kalikartell Jungs sammeln ganze Waffen, finden Waffen, Mülltonen, und verkaufen die am Würfelpark. Okay. Mülltonen? Okay. Die verkaufen die am Würfelpark? Ja. Überall. Überall. An jeden. Ja. An jeden? Einfach so. Ja. Okay. Ja, warum tut ihr nicht denn ein Mülltonen wohl? Weil ich keine Waffe vielleicht möchte. Ich melde das Ihnen. Ach so? Ja, was? Sie müssen keine Waffe einstecken. Nein, Sie können mich durchsuchen. Hören Sie mal, das schreibe ich hier mal eben mal kurz auf. Wie meinten Sie, heißen Sie? Ähm, Isco? Äh, äh, äh. Habt ihr überhaupt ein Ausweis bei dir? Ja, äh, Isco, ja. Oh, tut mir leid. Nein! Er heißt Big Sosa. Isco. Isco. Big Sosa. Genau. Gib ihm deinen Ausweis, äh, Sosa. Isco, ja. Ganz kurz daher, würden Sie bitte Ihre Maske abnehmen? Das wäre uns sehr, sehr... Ja, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Natürlich. Bitte nicht lachen. Nein, nein. Also, wie meinten Sie? Wer verkauft die Waffen dort? Äh, das Kalikate. 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 Ja, also... Ja. Mit C oder K? Mit C. Mit C, okay. Sehr gut. Ja, die Information habe ich mir jetzt hier erstmal aufgeschrieben. Und die gebe ich dann auf jeden Fall mal weiter. Ja, das müssen Sie weitergeben. Auf jeden Fall. Ja, ich werde vergessen, er heißt Big Sosa. B-I-G-S-O-S-A. Ne, aber nicht, dass das rauskommt, dass ich die Anzeige mitgestellt habe. Im anderen Staat durften wir als... Das soll einfach nicht sein. Ne, ne, das... Äh, Quellen, die gehen wir natürlich nicht raus. Alles gut. Okay, das bleibt alles anonym? Das bleibt alles anonym. Da kann ich Ihnen auf jeden Fall... Okay. ...mein Wort geben. Okay, sehr gut. Ja, hauen Sie rein, ja? Schönen Tag noch mal. Wir sehen uns. Schönen Abend noch. Tschö, tschö. Was los, Mann? Was ist denn mit euch nicht, Mann? Was seid ihr für komische Hipster, Mann? Das ist super, hör mal auf jetzt. Du unterbrechst das Privatkonzert in vier. Verzieh dich wieder. Darf sie sich ja kein Angebot oder was, Alter? Wir lahm 35 glatt. Oh, Bro, das ist unser Drip, Mann. Weißt du, was ich meine? Nein, Drip, Mann. Ja, verdammte Scheiße. Drip, Mann. Ja, verdammte Scheiße. Drip, Mann. Ja, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ey, yo, ich sag dir ehrlich, Bro, diese Stirn könnte man noch nirgendwo übersehen. Was ist los mit dir, Bro? Verdammte Scheiße, deine roten Haare sind aus 10 Kilometern, weißt du, wie ich meine? Ja, weißt du, damit man auf deinem Flugzeuglandeplatz landen kann, verdammte Scheiße, Bro. Verdammte Scheiße, du hast eine verfickte Eisenbahn auf deinem Kopf. Was willst du mir erzählen, du Wichser? Das sind Waves, Bro. Das ist für den Drip, Mann. Ja, ja, für den Drip, weil du am Schwitzen bist in deiner Scheißjacke. Das Einzige, was drippt, ist deine Nase, wenn ich dir auf die Nase schlage. Ey, ich schlage auf deine Nase nicht, damit du blasen kannst, Mann, verstehst du? Oh, verdammte Scheiße, du schlägst auf meine Nase, du schlägst auf meine Nase. Du schlägst gar nix, verdammte Scheiße. Du schlägst nicht mal das Mädchen da hinten, Mann, weil sie dir auf die Fresse haut, du Wichser. Yo, was, Mann? Ich hab die Fresse hauen. Ich geb dem. Ja, ey, sie gibt dir, Mann, hast du's gehört, Mann? Trau dich, Mann, trau dich, hä? Ja, siehst du? Ja, trau dich, Mann, trau dich, hä? Machst du jetzt auf dicke Eier und so, hä? Ja, klar. Komm, komm, dann trau dich, komm. Trau dich, trau dich. Ja, trau dich, Mann. Pussy, Mann. Pussy, Mann. Komm, komm, komm. Pussy, Alter. Oh, guck mal, sie will fighten, ob du nicht. Guck mal, sie will fighten. Guck mal, sie will fighten. Oh, ey, oh, oh. Ey, ey, nicht mehr mehr, Mann, ihr Pussys. Was los, Mann? Was los, was los? Was los, epic. 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 Ey, Jungs, Mann, sie ist doch alleine, Mann. Was los, mit wem liegst du dich an? Mit wem liegst du dich an, hä? Fuck you, Dad, Homies. Jungs, lass dir weg, Bro, bevor die Cops kommen. Du hast echt ne ästlige Frisur, Mann. Die Sosa, wollen wir dir auch snitchen gehen bei den Bullen? Ja, ja, lass die auch snitchen. Ey, Jungs, die Cops kommen, die Cops kommen, die Cops kommen, die Cops kommen, Mann. Ja, bitte. Da sind so fünf, sechs Leute am Würfelpark mit Sturmmasken und dicker Jacke. Alle dieselbe Jacke, so ne braune Jacke. Nein, die ist blau, dunkliglau, so. Oh, Jawohl. Jungs, ganz entspannt, entspannt euch, ja. Wir haben grad ne Frau zusammengeschlagen. Ey, ich will, ich will, ich will ne Frau zusammengeschlagen. Ja, ich muss noch durchfunken und meinen Kollegen bescheidt sagen. Ich, ich, ich will mich echt nicht mehr insicher. Also alle Einheiten. Ähm, wir haben hier ne Massenschlägerei, äh, Richtung Würfelpark. Äh, ne bewusstlose Person haben wir. Es war nicht mal ne Massenschlägerei, ey, die sind einfach zu sechs auf eine einsame Flaude auf. Äh, nach Information, sechs Leute auf eine Frau. Am Büffelpark, die sind jetzt in einem, äh, in einem, was, in so einem Transporter, in so einem Transporter. Stummmasken auf und haben einen Transporter. Ja, genau. Die haben den Transporter, guck, 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 guck! Die haben die, die haben die! Oh, shit! Fallen, fallen! Die sind da nicht. Ne, das sind die nicht. Boah, zwei schöne Damen in einem M5. Hallo? Ich geh mich mal dazu, Mann, wie geht's euch? Ich auch, ich wollte schon immer einen Plattikum machen. Wie geht's euch? Mila ist der geil. Verdammte Scheiße, ne, 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 direkt wieder raus, Mann. Ich glaub, das ist ein Carlos, Alter. Jo, Isco, die haben einen größeren als wir beide zusammen, Mann. Sei sie, Mann. Steig ein, Mann, fahr weg, Alter. Was soll denn die Scheiße, Mann? Verpiss dich, Mann. Hier, der ist für dich. Steig ich dir in den Arsch, Mann, oder nimm deinen eigenen Schwanz. Die Herrschaften... Ja? Entschuldigung, ich wollte nicht auf der Straße stehen bleiben. Bitte weiterfahren, sie stoppen den Straßenverkehr. Wird mir leid. Entschuldigung, es ist leid, Mann. Hast du diese Leute in diesen, äh, Bomberjacken gesehen? Die Herrschaften im blauen Fahrzeug einmal bitte aussteigen und auf den Gehsteig gehen. Wái, 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 wái Datke, W Elemente? Isco, verdammte Scheiße, ich brauche deinen, ich brauche deinen japanischen Arsch, Mann. Direkt dran fahren. Genau so, Mann. Genau so, Mann. Genau so, Mann. Wieso kann ich hier nicht schnell fahren? Mein Auto ist gedlosselt. Fahr, 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 fahr. Digga, mein Auto ist gedlosselt. Wie, dein Auto ist gedlosselt? Okay, es fällt wieder. Okay, fahr, 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 fahr. Digga, sagt einem bitte nicht, die haben Auto... Digga, wieso sind die Autos von denen so schnell? Verfickt, Mann. Du hast uns gefickt, Isco. Ich habe uns nicht gefühlt! Fahr, Mann! Bleiben Sie zum Arsch, stehen! Die Autos von denen sind so schnell! Halten Sie die Fresse, Sie Wichser! Fahr, Mann! Fahr, Mann, Isco! Ich bin mein Bestes, Mann! Bleiben Sie stehen! Allgemeine Verkehrskontrolle! Ich scheiß auf deine Verkehrskontrolle! Mann, kontrollier deinen Arsch! Schießen wir auf ihre Leifen! Ui, die schießen auf die Leifen! Nein, 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 das geht... Ey, wenn die schießen, musst du auch schießen! Ich habe keine Strap! Wie, du hast keine... Fahr, 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 fahr! Ausfallig! Oh, danke für den Boost! Oh mein Gott! Oh, yeah! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Sehr gut! Fahr links, rechts, links, rechts! Digga, wieso schießen die so? Perfix! Nein, 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 nein! Digga, was stimmt nicht mit denen? Digga! Was... Ich kann nicht... Steigen Sie aus und dagegen... Jo, was stimmt nicht mit euch? Eiei! 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 Ergeben Sie sich und steigen Sie aus! Hä? Wie bin ich gestorben? Wie bin ich gestorben? Wie bin ich gestorben? Verder... Hast du meine Pistole noch? Ich glaube, die hat er verloren. Hast du sie schon eingesetzt? Ja, hab ich zu Hause, ja! Na, stark! Du weißt, Big Sosa, Gesenke verliert man nicht! Solltest du Gesenke verlieren! Das war ja kein Geschenk, ich hab's ja abgekauft! Trotzdem! Also, er hat sie abgekauft, ja! Das stimmt! Ja, aber Mila hat sie dir billig übergeben, oder nicht? Hmmm... Das war ein Gesenk von Mila! Nein! Und solltest du dies verlieren... Das war sogar teuer, wie es abgetragen hat! ...solltest du das verlieren, dann werde ich dich finden! Egal wo du bist! Yo, Bitch! Ich find dich, wenn ich will! Sei sie, Mann! Natürlich findest du mich! Du musst so high beastiespatch machen! Bist du alleine? Wo ist der? Der ist abgehauen! Wohin? Der ist da in diese Richtung abgehauen, Mann! Mit dem Auto? Zu Fuß! Wie zu Fuß? Ja, ja! Was habt ihr gemacht, die Idioten? Digga, keine Ahnung! So... Digga, Polizei will uns kontrollieren! Ja! Wir haben nicht mal was gemacht, ich... Ich fahr links Land, und Sosa sagt zu mir, fall weg, fall weg! Der hat mir voll den Look gemacht! Ich dachte, der hat ne Waffe oder sowas dabei! Pfff! Aber hat er nicht mal! Der hat unnötig den Look gemacht, und dann hat mich Polizei festgenommen! Der hat gesagt, dass du der Grund warst! Digga, was geht denn? Du bist einfach so weggefahren aus dem Nichts, hat er gesagt! Boah, so ein ekliger! Digga, ich muss den Wichsal finden! Was, du musst dich finden, du Wichsal, Mann! Du warst das! Ey, Sosa! Du warst das, Mann! Verdammte Scheiße! Ey, Sosa! Du bist doch weggefahren! Bin ich weggefahren, oder bist du weggefahren? Was für den Look! Du hast mich unter den Look gesetzt, Mann! Gar nichts hab ich gemacht, Mann! Du bist ins Pedal getreten, Mann! Wenn ich zu dir sage, spring aus dem Fenster, springst du aus dem Fenster? Ja, normal! Ich bin dumm! Wenn ich den Look mache? Dieses Argument zählt nicht, verdammte Scheiße! Ich dachte, du hast ne Strap! Ich hab an dich gedacht! Nein, ich hab keinen Slap! Ich hab gar nichts! Ja, siehst du? Du hast aber auch keinen Führerschein! Das ist viel zu viel los! Oh shit, stimmt! Die sind so blöd! Die haben nicht immer meinen Führerschein geflaggt! Ich hab nur Bußgeld bekommen wegen zu schnell fallen und so! Ja, siehst du? Dann sind wir noch gut weggekommen, wahrscheinlich! Ja, Mann! Outro Outro